Und viel mehr. Wunderschönen guten Tag zusammen. Krass, das sind die Neuankömmlinge. Oliver Sanne. War der nicht vor 10 Jahren mal irgendwie Bachelor? Guck mal, wie dumm du bist, Alter. Ich will in dein hessiges, fettes Gesicht frotzen. Boah, Alessia, ne? Dass die dich immer noch nicht rausgekickt haben, wundert mich wirklich. Also gerade nach dieser Gewaltandrohung, was letzte Woche passiert ist. Aber die scheint auch nicht wirklich mit ihrem Mann respektvoll umzugehen. Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Lady YouTuber. Ich bin's Tana und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter mit Sommerhaus der Irren, Folge 5. Letzte Woche hatten wir die Nominierung. Da ist ja so einiges durcheinander gekommen. Raoul ist enttäuscht von Stefan, weil er die Allianz irgendwie zunichte gemacht hat. Der hat sich ja kurzerhand entschieden, Tessa und den Jakob zu nominieren. Apropos Tessa, da werde ich auch gleich noch mal was zu sagen, weil die hat zu meinem letzten Video, was ich ja über sie, wo ich sie kritisiert habe, sie meinte ja, es gibt keine Krankheiten. Dazu hat sie unter meinem Video ein Kommentar abgegeben. Das muss ich auf jeden Fall gleich noch mal mit euch ganz kurz ansprechen, anreißen. Dann gibt es halt eine Exit-Challenge nach der Nominierung zwischen Theresia Stefan und Tessa Jakob. Bin mal gespannt, wer von den beiden es schafft. Wir haben Neuzugang, Oliver Sanne und seine neue Freundin Jill. Die Gruppe durfte endlich mal wieder Fleisch essen letzte Woche. Darüber haben sie sich gefreut. Aber dieses ganze Juhu-Fleisch und ja, endlich mal, das hat sie ja Tessa so ein bisschen kritisiert. Im Nachhinein denke ich drüber anders, denn Tessa war nicht anders, als sie erfahren hat, dass es vegetarische Wochen gibt beim Sommerhaus der Stars. Und dann hat sie auch wieder rausgehauen von wegen, jetzt könnt ihr eure Leichenteile essen. Das ist auch nicht toll. Also das ist auch nicht besser. Tessa. So, das war nämlich letzte Woche und diese Woche bröckelt es. Was die Allianz angeht, war mir auch irgendwie klar. Ich meine, jeder wird irgendwann versuchen, seinen eigenen Arsch zu retten. Jetzt ist ein neuer Kandidat reingekommen, also neue Kandidaten, ein Pärchen und jetzt werden sie halt natürlich gucken. Die werden versuchen, mit ihm eine Allianz zu gründen oder ihn irgendwie irgendwie für sich zu gewinnen. Jetzt gucken wir uns mal an, was Tessa so, also ich werde es ganz kurz anteasern. Sie hat geschrieben, es gibt keine Krankheiten, habe ich gesagt. Entweder man ist krank oder man ist gesund. Okay. Der Körper ist als solches krank. Vielleicht solltest du dir vorher mal überlegen, Tessa, was du den Leuten auf Insta sagen möchtest und nicht gleich sagst, es gibt keine Krankheiten. Des Weiteren hat sie halt auch gesagt, dass es sich heißt, dass man Chemotherapie nicht bräuchte, darum ging es mir nicht, schreibt sie. Vielleicht machst du doch nochmal so eine Insta-Story und erläuterst den Leuten das nochmal ganz genau, weil es gibt Leute, die bei mir dann auch in den DMs waren und gesagt haben, so Tana, kann ich jetzt komplett meine Medikamenten weglassen? Brauche ich doch nicht. Irgendwie kann meine Psyche das alles regeln? Also wirklich, Tessa, wenn man das schon sagt, irgendwie ist Asthma ist nicht heilbar. Gab es auch einige. Also ich habe bis dato, also bei meinem Opa, mein Opa hatte Asthma, meine Oma hatte COPD. Die Medikamente haben es verbessert, ja, aber die waren nicht heilbar. Ich weiß nicht, welche Ärzte es gibt, die sagen so von wegen, es ist heilbar. Dann gab es noch einige, die über die Pharmakonzerne gesprochen haben. Über die Pharmakonzerne müssen wir gar nicht reden. Also da gibt es ganz, ganz viele Theorien. Ich gehe nur hier auf die Aussage von Tessa ein. Und dann hat sie auch noch gesagt, so, der, der du mich schon geschämt hast und mir meine Erkrankung abgesprochen hast, das spricht genau der Richtige drüber. Tessa, das hat mir doch schon. Darüber habe ich schon ein Video gemacht, das kannst du dir gerne angucken. Aber bist du nicht diejenige, die die Leute auch im Sommerhaus geschämt hat von wegen der Mörder, also den Jäger hast du als Mörder betitelt? Hast du darüber mal nachgedacht oder wie du mit den anderen umgegangen bist? wirklich diese Doppelmoral, die stinkt bis nach oben, Tessa. Du solltest erst mal bei dir anfangen. Selbstreflexion wäre mal eine Alternative. So, meine Lieben, falls ihr natürlich neu vom Kanal seid, über ein Abo würde ich mich freuen, einen Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Ihr könnt euch die ganzen Sommerhaus der Stars Folgen angucken auf rtlplus.de Ihr könnt mir gerne über Insta folgen und auf TikTok. Und jetzt geht's wie immer los. So fängt auch die Folge an. Also, was ich auch richtig eklig finde, ist, wenn man abends isst und das Geschirr da irgendwie liegen lässt. Also, man hätte das doch irgendwie in die Spüle legen können und das irgendwie, das den Rest, den Abfall mal einfach in den Mülleimer und wenn das dann noch draußen steht, mit den ganzen Fliegen und so, das finde ich wirklich eklig. Wirklich. Wir haben uns jetzt Feinde gemacht, die gar keine Feinde waren. Ja, das sage ich doch. Ich will natürlich, dass Theresia und Stefan gewinnen. Raoul wollte ja unbedingt, dass Stefan und Theresia die Emma und den Umut wählen und haben sich dann für Tessa und Jakob entschieden. Ich bin fein mit Theresia und Stefan. Ich kann mich mit denen ja auch auf Augenhöhe unterhalten und auch diskutieren. Ich vergesse aber nicht. Also, der vergisst es nicht. Der ist ja der Leader der ganzen Mannschaft, obwohl er sagt, er wäre so ein Mitläufer. Versucht uns irgendwie den Wind aus den Segeln zu nehmen, aber ich meine, wir sind doch nicht dumm. Wir sehen doch, wie du mit den Leuten umgehst. Warte mal deinen Mund zu, als ich bin am Essen, er hustet hier voll rum. Ich hab Allergie. Hatte sie nicht irgendwie Asthma und das jetzt irgendwie geheilt ist und jetzt hat sie eine Allergie? Ich werde wirklich nicht aus dieser Frau schlau. Heute sagt sie A, morgen sagt sie B und während Can ist, hustet sie da rum, ohne ihre Hand vor den Mund zu halten oder habe ich das falsch verstanden? Reiß dich mal zusammen. Es gibt Menschen, die haben allergischen, allergischen, Asthma. Du kannst auch die Klappe halten. Du bist die, die verrückt. Merkst du, wie du agierst? Was du machst, ist verrückt. Okay, sie stempelt Alessia ab als verrückt. Merkst du, Tessa, ne? Also, was du da alles von dir gibst, ist auch nicht cool. Und ich meine, das, was Alessia letzte Folge gemacht hat, diese Gewaltandrohung, sie hätte sofort rausfliegen sollen. Aber Tessa, das rechtfertigt nicht, was du hier gerade machst. Und eine allergische Asthma-Reaktion hat sie anscheinend. Okay. Das kann ja wieder heilen, ne? Aber sie sprach von Asthma. Asthma ist keine Krankheit, meinte sie. Halt die Klappe einfach. Boah, ey, du hebsch, ey. Keiner mag sie mehr, wirklich nicht. Also, da muss sie sich auch nicht wundern, wenn sie dann später dann sagt, so von wegen, alle sind gegen mich, alle mögen mich nicht, aber dann musst du echt bei dir anfangen, Tessa, wirklich. Ich wurde gerade von diesem kleinen Ego-Mann angegriffen, weil ich angeblich jetzt ein Essen muss haben, obwohl ich es so gemacht habe. Von dem kleinen, ekligen Mann, sagt sie, von dem kleinen. Da schämt sie ihn auch wieder. Und dann spricht sie von mir, dass ich sie schäme. Du musst wirklich echt überlegen, was du sagst. Also, ich sag ja immer, zwischen den Ohren sitzt das Gehirn. Das ist unser Gedenkenswerkzeug, Tessa, das wir nutzen sollten manchmal. Aber bei dir scheint das überhaupt nicht irgendwie, ja, zu nutzen. Also, es bringt irgendwie nichts bei dir. Eine Runde wird irgendwann einflischbar sein. Das ist der Punkt da. Das ist der Punkt da. Und dann, bam. Ja. So, Umut hofft natürlich, dass es bröckelt und es wird es auch. Und dann wird einer von denen wahrscheinlich beeinflusstbar sein. Und dann kann er, wie gesagt, weitermachen, der Umut. Die weiterhin manipulieren. Er hat es irgendwie nicht geschafft. Raoul war da besser. Mal gucken, was sich dann noch ergeben wird, diese Folge. So, unsere Carmen San Diego ohne schwarzen Hut macht sich jetzt bereit für die Spiele. Das Exit Game steht an. Ui, ist schon. Der will euch einschüchtern. Ist aber auf der falschen Seite. Hätte es da machen müssen. Ich gucke ja gar nicht hin. So, Jakob fängt wieder an mit seinen Vogelübungen. Und sie auch gleich mit ihrer Floppe, verpestet erst mal unsere Luft. Aber go vegan, Hauptsache. Wenn jemand einen Blick zu mir rüberwirft, dann kriegt er ja erst mal den LSD-Trip des Lebens. Nicht nur LSD-Trip. Es sieht so aus, als wäre ein Regenbogen explodiert. Ja, wir drücken natürlich. Der Sound, Jakob die Daumen. Oh, das hört, das hört so. Guck mal, Umut, wie so ein Zitteral. Der freut sich richtig. Ich glaube, die sind gerade aufgewacht. Na, kann das sein? Theresias Beine, ne? Sie kann halt nicht so gut darauf gehen und laufen oder ich glaube, kann sie überhaupt laufen damit? Nein. Wie kommst du dann darauf? Als würde sie im Rollstuhl sitzen, Jan. Hast du Tomaten auf den Augen? Und denen zu zeigen, dass man nur mit dem Herzen gut sehen kann. Sie kann nur mit dem Herzen gut sehen. Ja, weil sie vegan ist. Wenn sie vegan ist, dann kann jeder mit dem Herzen sehen. Sie erzählt so einen Schwachsinn. Ich schwöre es euch. Boah, anstrengend. Liebe Stars, willkommen zur Exit Challenge. Einen runterholen. Okay, das Spiel heißt einen runterholen. Also, nicht falsch verstehen, mein Lieben. Die Männer haben irgendwie Körbe. Die werden abgeseilt nach oben und dann müssen die Frauen mit Gewichten in die Körbe reinschweißen, sodass sie dann runtersacken. Und wer unten ankommt, der gewinnt. Und so sieht es ungefähr aus. Und natürlich bin ich gespannt, wer gewonnen hat. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Vegans haben verloren, Theresia und Stefan haben gesiegt. Alle freuen sich. Ein bisschen Kindergarten halten, also das würde man nicht von so einem älteren Herrn überhaupt denken, dass er so agiert, also so provoziert, wie so ein kleiner Junge im Sandkasten, der mit seinem Sand schmeißt. Also, wieder diese Altersdiskriminierung seitens von Tessa. Ich meine, ihr seid erwachsene Menschen, das ist das Wichtigste, egal wie alt er ist. Und du warst da auch nicht besser, als du gesiegt hast gegen Sarah und Tobi. Da standest du auch so, der Jäger muss raus, der Jäger ist raus und dann immer go vegan, go vegan. Also, Tessa, diese Doppelmoral, das ist echt widerlich. Guck mal, wie die sich freuen, weil sie sich so bedroht von uns gefühlt haben. Nein, nicht bedroht, du hast einfach genervt. Du warst wie so eine Axt im Wald, da hast du wie so ein Klotz am Bein. Die ganze Zeit, miese Stimmung durch dich. Es ist eigentlich auch ein Sieg für uns, ne? Und für die Tiere auf jeden Fall. Und hier, unser Wasserbüffel sagt auch, ey, misch mich da nicht ein, ich will mit dir nichts zu tun haben. Der hat keinen Bock drauf. Merkst du? Aber ein Glück muss ich mich von der kleinen Chihuahua nicht mehr ankläffen lassen, weil das ist mir als gestandene Frau wirklich zu albern. Also, wenn sie hier erzählt, dass sie eine gestandene Frau wäre und wir uns ihre Insta-Stories angucken und denken so, was für einen Witz sie da wieder von sich gibt. Und wieder jemanden jemanden mit einem Chihuahua vergleicht, Die Alessia. Tessa hat mich ja so provoziert und sie hat es auch wirklich geschafft, dass ich wirklich wütend werde. Und ich bin echt froh drüber, dass das Paar endlich das Sommerhaus verlassen muss. Also, man muss damit umgehen können, liebe Alessia. Gewaltandrohungen gehen nicht, es gehen auch keine Beleidigungen. Alessia. Also, da musst du dich schon zügeln. Das, was du hier von dir gibst, von wegen, dass sie dich auf die Palme gebracht hat, ich meine, du bist 22, bist eine Mama und musst mit solchen Äußerungen auch mal klarkommen und nicht gleich mit Gewalt androhen. Könnt ihr auch in Frieden eure Leichenteile weitergrillen. Müsst ihr euch nicht mehr getriggert fühlen. Und jetzt fängt sie wieder an mit Leichenteilen. Und da ist sie wirklich ein Stück besser. Das ist doch deine letzte Show. Oh, willst du auch noch ein bisschen der Endezeit, Alessia? Mit dir doch gerne, Baby. Du kleiner Chihuahua. Kleff, kleff. Auf jeden Fall kann sie sich wehren. Auf Insta meinte sie, ich habe nur noch Liebe übrig für Alessia, glaube ich. Oder sie kann nichts dafür, aber schaut mal, wie sie hier damit umgeht. Ah, so fühlt sich Freiheit an. Und jetzt direkt irgendwo in ein Burger-Restaurant und einen veganen Burger, bitte. Und Tofu. Tofu, weißt du, wie ich Tofu vermischt habe? Ja, bye. Auf Nimmerwiedersehen, bitte. Beim leicht gelehrten Sommerhaus platzt wer Neues aus den Nähten raus. Krass, wie sieht der denn aus? Was hat er denn eingenommen? Der hat sich ja verdoppelt, ne? Also ein richtiger Muskelprotz. Herkules ist er geworden. Ja, vor über zehn Jahren mal der Bachelor. Mittlerweile hat man sich offenkundig verdoppelt. Wow, was für ein Unterschied, oder? Also der sah doch früher viel hübscher aus, als er nicht so irgendwie sich gespritzt hat, weil ich meine, so aus Natur kann man, glaube ich, so nicht werden. Ich glaube, 2014 war er auch Mr. Germany, oder? Okay, da kommt's. Ein Schrank. Servus, Olli. Hi, Theresia. Alles gut? Ja. Boah, ist der groß und... Breit, ja. Er sieht echt aus wie so ein Kühlschrank, ne? So Bo Frost. Pff, krass. Mich würde mal interessieren, wie viel der wiegt. Oliver. Sam. Direkt aus der Versenkung und dem Sommerhaus. Kuhversticher. Direkt aus der Versenkung. Waren die nicht damals mit Christina Dimitrio, Oliver Sanne und Sam, waren doch in Hürth, glaube ich, ne? Im Dschungelcamp. Daran kann ich mich erinnern. Und dann waren die noch zusammen bei Kampf der Realitystars, wo dann Sam, glaube ich, den Oliver auch nominiert hat, damit er rausgeht. Aber du hast... Mein Gott, was hast du denn eingeschmissen? Ich hab extra... Ui, du hast dich aber verändert. Halleluja. Ja, der hat sich echt verändert. Also, wow. Wir haben uns so in den Shows immer, in Anführungsstrichen, gut verstanden. Und hinterm Rücken hab ich immer das Gefühl gehabt, dass er mir so ein bisschen den Dolchstoß verpassen wollte. Deswegen... Ich glaube, das kannst du einem ganz gut, ne? Die ins Gesicht lachen und von hinten... Messer in den Rücken. Den absolut auf meiner Top 1 in der Nominierungsliste. Ja, da sind wir uns schon mal einig. Okay, die Allianz geht weiter. Ja, beide würden gerne den Oliver Sanne nominieren, weil der sportlich einfach, ja, auch mit seiner Freundin sehr fit ausschaut. So stellt sich noch ein, dass der, wenn der hungrig ist... Unangenehm wird. Ja. Ja, am liebsten würde ich ja alle Eier gleich zerstören. Wäre eine Option. Wäre eine Option. Ja, viel Eiweiß, ne? Sofort den Gegner ausschalten. Hm, mal gucken, ob er überhaupt Eier mag, ne? Mach die weg, aber nur wir wissen das. Ja, ja. Versprochen. Ja, versprochen. Komm, kleiner Finger. Kleiner Finger. Da rein. Das ist auch abartig, oder? Das Essen ist für jeden da. Auch die Eier. Nur weil sie denken so von wegen, hm, der macht sich bestimmt Eiweißshakes oder so mit den Eiern. Oder will ganz viele Eier essen. Packen wir mal jetzt die Eier weg. Also, das geht auch nicht, ne? Das ist auch so ganz eklig, finde ich. Eier esse ich gar nicht so viele, weil ich die gar nicht so gerne mag, um ehrlich zu sein. Ach, und Eier mag er nicht. Zum Glück nicht, ne? Ich sterbe vor mir. Ist ja nicht richtig diät, ne? Und so ist er wahrscheinlich 24 Stunden, ne? Aber wie soll man dann sonst so werden? Also, ich kann nur sagen, den muss man ganz schnell loswerden. Und Sam fängt sofort an, alle zu manipulieren, ne? Der muss sofort raus, der Oliver Sander. Zusätzlich zur großen Jause gibt's eine schiffrierte Infosause. So, der Umhund macht jetzt Indianerzeichen, damit ja draußen die Allianz nicht mitkriegt, worüber sie hier sprechen. Er will den Oliver und die Jill warnen vor der Allianz. So richtig mit Jiggy Chan Moves, ne? Die wollen euch am liebsten raushaben, gleich. Ja, das ist mir klar. Die Allianz ist eine Riesenallianz. Und wenn ihr nicht da wärt, dann hätten die, die würden die immer nicht als nächstes raushaben. Und Umut ist nicht am schlafen, ne? Der will das hier rocken, weswegen er jetzt auch Oliver und die Jill warnt vor den anderen. Was jetzt lustig ist, ne? Also wird einiges ausgepackt. Sie spielen ein Spiel, und zwar Flaschen drehen. Zuerst waren Umut und die Emma dran. Und dann haben sie Emma gefragt, von wegen, mit dieser Fremdgeh-Sache, was die Eltern davon halten würden und ob sie den Umut akzeptiert haben und wie der Umut sich dabei führt. Die Fragen wurden dann beantwortet. Und jetzt kam die Flasche auf Jan. Und Jan stellt eine sehr intingente Frage. Hört mal zu. Wir hatten eine Allianz. Ihr habt euch nicht an die Allianz gehalten? Ja. Fühlt ihr euch schlecht? Oh Gott, das ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn man eine Allianz hat und es versteckt halten möchte. Ich meine, die verstecken sich ja und reden ja irgendwie in der Toilette darüber oder machen irgendwelche Zeichen und verständigen sich so. Und der haut es hier einfach so raus, ne? Natürlich verpasst, Schatz. Ich möchte eine Sache noch dazu sagen, dass der ursprüngliche Plan, Emma und Umut zu nominieren, von euch kam. Nein. Nein. Ich sage euch auch genau, welche Situation. Raoul, Raoul, Raoul. Du denkst wirklich, wir sind dumm, ne? Also, er ist ja der Meinung immer noch, dass er Umut und Emma nicht nominieren wollte, sondern Tessa und Jakob. Aber am Ende hat er ja Umut und Emma nominiert und hat sich an die Allianz gehalten. Er hätte ja auch dagegen sein können. Und jetzt versucht er halt, die Schuld an die anderen abzugeben, weil er sich weiterhin noch mit Umut verstehen möchte. Nach dieser Messerattacke. Das stimmt nicht. Das ist jetzt eine glatte Lüge. Und jetzt kommt er damit überhaupt nicht klar, der Raoul. Ganz ehrlich, Raffi, wir sagen hier gar nichts. Also so, also bitte. Doch. Also, sag mal, ich werde hier gar nichts über Allianzen oder irgendwas erzählen. Wo bin ich denn hier? Ich bin doch jetzt nicht hier bei ZDF oder keine Ahnung, was in der Talkrunde. Ne, der Ser möchte sich nicht irgendwie dazu äußern, möchte nicht transparent dort rumlaufen, sondern möchte, dass die Allianz eigentlich geheim bleibt. Aber Can hat das irgendwie nicht geschnallt, dass sie eigentlich eine versteckte Allianz haben. Ich meine, jeder weiß das, aber es ist halt alles inoffiziell. Also, wie kann man denn sowas in der Runde diskutieren? Wie dumm ist dieser? Natürlich, ich weiß. Ich bin wirklich sauer. Ich verstehe das nicht mit Ja. Ja, aber du bist doch bei Sommerhaus des Stars. Ja, das gehört halt dazu, dass ganz, ganz viele intelligente Menschen dabei sind. Hast du es jetzt gemerkt, wie du sich versucht, da rauszuhalten? Hast du es gemerkt? Ja, aber ich will auch nicht, dass die der Allianz da bricht. Wie kann man denn so ein dummer Mensch sein? Da kannst du noch lange fluchen. Bringt nichts. Also, dass er auch da sitzt und einfach so das raushaut, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wirklich nicht. Übrigens, ich habe mich dafür entschlossen, mich mit euch in ein Zimmerchen zu begeben, wenn ich darf, ja? Ja? Und sie schläft dann einfach hier auf der Couch. Genau, die Alte, die kann halt auf dem Bett schlafen, bei den anderen. Ich bin beim Dreier dabei, ne? Bei Umut und Emma. Ja, Entschuldigung. Also, ihr seid herzlich willkommen. Wir schlafen getrennt. Sie schläft bei der einen Partei und ich schlafe bei der anderen Partei. Ist ja auch irgendwie schlau, ne? Ja, sie kriegt alles mit in der Allianz, was sie da alles besprechen und er ist bei Umut und Emma, ne? Und hört sich deren Taktik an. Wenn sie nicht safe sind, dann alle auf die. Alle auf die. Ja, ist klar. Ey, Raul, ne? Ist so krass. Ich weiß nicht, ob die anderen auch sowas loswerden, aber er wird immer die ganze Zeit gezeigt. Von wegen, wenn Oliver und Jill nicht gesaved sind, dann gehen wir auf die drauf, ne? Sonst Umut und Emma. Stefan und Theresia, die sind noch irgendwie Teil, aber wenn die mich jetzt fragen, wen ich jetzt wählen würde oder so, kriegen sie von mir keine Antwort. Ich glaube, das bringt bei denen auch nicht viel, ne? Auch wenn man irgendwas bespricht. Am Ende, also, würden sie sich gar nicht dran halten. Würden dann das tun, worauf sie Bock haben. Das hält ihr immer noch darüber im Diskutieren. Nein, über was ganz anderes. Nein, Schatz, komm noch dazu. Wir reden gar nicht über die Allianz. Wir reden über meinen Shop, über meinen neuen Weihnachtsshop, den ich in Düsseldorf eröffnet habe, ob ich jetzt als Motto Mickey Mouse nehme oder Donald Dark. Liebe Stars, willkommen zum Spiel Richtig Einlochen. Bei diesem Spiel müsst ihr Fragen beantworten und ein Lösungswort bilden. Das neue Spiel steht an Richtig Einlochen. Die Anfangsbuchstaben der Antworten befinden sich auf den Bällen, die in das jeweilige Loch gerollt werden müssen. Kommunikation auch. Ja, also das ist ja ein Problem bei euch. Ich glaube, das ist ja nicht noch ein Problem bei euch jetzt, sondern es war auch in der vorigen Beziehung mit Nicola, glaube ich, oder? Sollen wir aufgeben? Gibst du auf? Ich krieg keine Antwort. Ich weiß auch keine Antwort. Krass, die haben aufgehört, ne? Ist ja auch anstrengendes Spielen, ne? Und die Fragen natürlich, ne? Allgemeinbildung ist ein bisschen vieler Platz bei denen. Kann ich mehr. Er konnte auch nicht mehr. Was machen die denn immer für Sport und haben immer tolle Arme, aber kriegen das nicht gebacken? Klar, sie hat auch manche dumme Sachen da gezogen. Das hätten wir uns auch sparen können. Also es gibt mir bitte nicht die Schuld, dass ich da... Und außerdem sei froh, wenn ich gezogen habe, da musstest du weniger ziehen, weniger halten. Ey, typisch Raoul, oder? Der gibt immer die Schuld den anderen, obwohl er ja derjenige ist, der die Schuld trägt. Es ist genauso eben gewesen mit dem Flaschendrehen, wo er dann einfach gesagt hat, ihr hattet Schuld, dass ich Emma und Umut nominiert habe. Also immer schön die Schuld auf andere schieben. Machen wir dieses für f***, für f***, direktes f***, SPD in dieses f***, für f***, direktes f***, 5 rein, dass wir endlich unsere Ruhe haben vor diesem sch***, 6. Nein, mein Lieben, das ist kein Tourette, das ist Gloria. Schatz, lass mal locker, mein Gott. Die Schulter tut weh, mein Schatz, die war doch mal ausgekoppelt, das heißt, das tut weh. Ja, ja, ja. Es ist scheiß, wenn das immer alles von mir hängen bleibt. Meine Schulter tut weh. F***. Krass, er gibt sich so Mühe, ne, und sie ist so, also hat wenig Empathie, finde ich, und kann nicht drauf eingehen, und er hat ja schon Probleme mit der Schulter, ich glaube, irgendwas ist da ausgekoppelt gewesen, aber es sucht sie nicht. Lösung! Lösung! So, die Einzigen, die es geschafft haben, ne, bei dem Spiel, Hut ab. Au, ah, der ist operiert. Also, hat sie jetzt auch im BBL, oder, und steht der Micha doch nicht auf natürliche Frauen? Kam von deiner Seite, Punkt aus, Ende, was anderes lass ich mir auch nicht sagen, doch, 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 doch. Wie sie ihn einlullt, ne, der hatte richtig Schmerzen, und hat das immer noch so richtig durchgezogen, hat geschrien, ey, sie ist, sie ist ganz schlimm, aber dann denke ich mir so, ja, er wollte das ja so, also, er ist ja mit ihr fremdgegangen, also hat er sie verdient. Das war scheiße. Also, das ist jetzt auch nicht meine Schuld, das, nein, das ist auch nicht deine Schuld, ich hab ja losgelassen, nicht du. Okay, ich kann wenigstens reflektieren, ne, in der Beziehung, er hat jetzt die Schuld auf sich genommen. Nächste Frage, wie nennt man den Mann aus dem Eis? Welches Eis? Der sich nicht rasiert und alles, wie heißt denn der? Äh, Neandertaler? Ja. Genau, der, der nackig rumläuft, und der sich nicht wäscht, und den man irgendwie als Jäger und Sammler betitelt, wie heißt denn dann nochmal? Ich wollte es auch ruhig und entspannt machen. Nein, zu viel! Schrei nicht so rum, Mann! Warum denn immer so ungeduldig? Genau, das nennt man nämlich Geduld und Entspannung pur. Alles klar. Ich will gar nicht wissen, wenn er mal in Rage ist, wie er sich dann benimmt. Ich krieg das nicht mehr hoch. Komm mir hoch! Wenn's nicht geht, was soll ich machen? Aber es war ganz fast drin. Mann! Alle anderen haben es sich geschafft, außer Gloria und Misha. Danke, alles klar. Nix zu danken. Ja, beim Essen geben sich tatsächlich sehr, sehr viele Mühe. Ist, glaube ich, auch bei sehr vielen Strategien. Wenn ich koche, werde ich nicht nominiert und so, bekomme ich schnell Verbündete. Und wenn man einfach so nett sein möchte und kochen möchte und weil man irgendwie Hunger hat oder kochen liebt, heißt das gleich, das ist eine Strategie. Okay, dann mach du's doch. Was ist bei Stimmungsbarometer? Müssen wir uns eigentlich alle gegenseitig so eine Stimme geben oder so, damit es nicht aufhört? Ja, ja. Einfach ein bisschen verwirren. Brauchen wir. Okay. Machen's. Okay, bin ich auch mal gespannt, wer wen wählt beim Stimmungsbarometer. Also, die Taktik, ne? Die Strategie ist krass hier, in dieser Staffel. Ich hab das gehasst, dass ich sagen, diese Frage ist. Nein, eigentlich. Aber Alessia ist doch genauso, die knallt auch Sachen aus dem Bauch heraus. Okay, der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand. Aber was hier Vanessa auch über Alessia sagt, find ich auch krass, ne? Ich sag dir immer, das sind die Leute, die tatsächlich später im Finale stehen. Ja, ja, natürlich. Und das sind solche Sachen, das würde sie Alessia niemals ins Gesicht sagen. Und du bist derjenige, der alles hier ins Gesicht sagt, von wegen Ghetto-Sprache und so. Also, Umut, da bist du nicht besser, mein Lieber. Gloria und Michael. Das sind die einzigen gewesen, die es geschafft haben. Alessia, ich holte so viel Temptation ab. Ach, glaube ich nicht. Das gefällt mir auch nicht. Ich merke sofort, wenn sowas echt ist. hab ich euch schon vorhin gedacht. So, Alessia versteht sich wieder ganz gut mit Emma, Umut wieder mit Can ganz gut. Mal gucken, was da das Ergebnis sein wird. Frau Wille und Vanessa, ich hab das Gefühl, dass die so ein bisschen darauf achten, gerade bei euch beiden so, ob die so natürlich euch mitnehmen. Also, Umut vergiftet nicht nur die Umwelt, sondern versucht auch irgendwie, Alessia und Can zu vergiften. Klärt sie so ein bisschen auf, wie Raoul und Vanessa über die denken. Und dass sie eigentlich nach Umut und Emma die Nächsten sein könnten. Also, ich bin mir nicht mehr so sicher bei der Allianz, weil ich hab jetzt ein bisschen das Gefühl, dass sich gegenseitig irgendwie jeder am Ende ähm, ficken will. Ja, auf gut Deutsch gesagt. Hat sich das eingedeutscht oder wie soll ich das verstehen? Ist doch ganz ruhig hier plötzlich. Möchtest du jetzt auf jemanden Lust haben? Die Scheiße. Ach, ich hab schon gemeint. Und Stefan dachte jetzt mal so, ich geh raus, ist so ruhig geworden und betreib mal ein wenig Spionage. Wir haben heute mitbekommen, wie die Allianz uns verraten. Aber komm, ich mach dir mal einen Gin Tonic. Ja. Komm, wir trinken mal ein, dann kannst du mir mal erzählen, was da alles so passiert ist. Und ja, Can hat das sofort Mischa erzählt. Der hätte erst mal bei sich bleiben sollen, bevor das irgendwie äh, breit tritt. Harun und Sven haben sich abgesprochen, haben gesagt, ey, Can und Alessia sind jung, die sehe ich im Finale und die sind halt so ein Dorn im Haar geweißt. Okay, Mischa und Gloria sind ja jetzt gesaved und, aber mit Mischa versteht er sich eigentlich ganz gut, der Can. Aber was sucht Stefan da? Der ist echt so, ne, wie so ein Spion immer dabei. Also dem kann man auch gar nicht trauen, ne? Aber dann sehe ich, da ist noch ein Stefan dabei, der sowieso viele Dinge falsch aufnimmt und dann irgendwie nachher anders erzählt. Finde ich auch. Bei Stefan ist das Geheimnis nicht in guten Händen, ne? Es ist so ein bisschen wie stille Post. Weder erst mit deiner Frau, bevor du mit jemand anderes redest. Dein Gehirn ist Holz. Hier ist Holz. Hör mal auf, mach mich nicht immer kleiner als ich bin. Das finde ich auch nicht cool, ne? Untereinander, wie sie miteinander umgehen und dass er erst mal mit seiner Frau darüber reden sollte, statt zu Mischa zu rennen. Du fuckst mich so ab irgendwie heute. Du denkst einfach, du spielst das Spiel hier alleine. Wenn du mit jemandem redest, redest du erst mit deiner Frau und nicht mit jemand anderen. Du kannst keine zwei Schritte nach vorne denken, ja, und dann tut die so, als würde die irgendwas reden können. Das geht auch überhaupt nicht, ne? Dass man so seine Frau schämt. Ich meine, da wird wahrscheinlich alles ja auch nicht besser sein in der Hinsicht. Ich weiß nicht, wie die miteinander umgehen zu Hause. Ich meine, hier sind die Kameras und sogar bei den Kameras hört sich das sehr abartig an, so wie sie miteinander umgehen. Guck mal, wie dumm du bist, Alter. Ich will in dein hässiges, fettes Gesicht rotzen. Hey, was? In dein hässiges, fettes Gesicht rotze. Ich meine, da ist doch in der Beziehung die Respektgrenze kaputt. Also, wie soll man sich denn noch in die Augen gucken, bitte, wenn man sowas los wird? Du bist ja zum Alkoholiker geworden. Deine Sch***. Richtig peinlich. Guck mal, wie peinlich du bist. Also, ich bin froh, dass sie sich irgendwie nicht gegenseitig angreifen. Also, weil so wie sie in der letzten Folge umgegangen ist mit Tessa, wow, also, wer weiß, ne? Wo hast du deine Frau gelassen? Weggeschossen. Ich weiß. Das Haus. Und Raul noch so typisch Salz auf die Wunde streuen. Der weiß ja, dass die Probleme haben, die beiden. Und dann fragt er, wo hast du deine Frau gelassen? Alles klar. Gut. Danke für das Update. Stefan ist jetzt mal ganz schnell zum Chef der Allianz gelaufen, um ihn zu updaten. Und Raul freut sich natürlich. Und er sagt irgendwie, Raul, von wegen seiner Insta-Story, ich war doch nur der Mitläufer. Raul, merkst du. Das, was wir besprochen haben, genau. Der Plan steht. Der Plan steht. Der Plan steht. Fantastisch. Ich liebe dich, mein Freund. Ich liebe dich, mein Freund. Aber wenn er dann mit anderen spricht, ne? Dann ist das nicht mehr so. Und dass Can darauf nochmal eingeht. Ich glaube, Can lacht ihm einfach ins Gesicht und macht das, worauf er Lust hat. Und das werden wir gleich beim Stimmungsbarrieren mitkriegen. Theresia und Stefan eine Stimme. Alessia und Can zwei Stimmen. Raul, Vanessa vier Stimmen. Alle anderen Paare haben null Stimmen. Krass, Umut denkt so, hä? Ganz sicher? Guckt nochmal drauf. Keiner hat uns irgendwie nominiert. Am meisten haben Raul und Vanessa abgekriegt. Und ich bin mal gespannt, von wem. Also mit eurer Stimme haben wir schon gerechnet. Mit unserer Stimme? Also ihr habt uns ja gewählt, ne? Nein. Sie sind natürlich auch davon ausgegangen, dass wir sie gewählt haben. Was ja auch so war. Jetzt spielen alle ein falsches Spiel, ne? Alle. Ich meine, Sam und Raffi haben das ja vorgemacht. Und ja, warum nicht, ne? Raul und Vanessa oder Raul spielt ja auch nicht fair. Umut, ihr habt uns jetzt gewählt, das nicht? Nein, nein. 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 Die werden zwar rot, aber nein, natürlich nicht. Ich weiß es nicht. Michi hat auch ganz kurz ganz komisch gegrinst und Gloria hat mich auch komisch kurz angeguckt. Wir wissen es nicht. Ich bin gespannt auf die Nominierung. Da werden wahrscheinlich die Fetzen fliegen, meine Lieben. Ich bin total gespannt auf eure Kommentare. Die Allianz bröckelt. Und ja, diese Staffel hat es schon in sich, ne? Also, ich bin froh, dass Tessa und Jakob rausgeflogen sind. Also, die haben wirklich genervt. Vor allem Tessa hat richtig genervt. Oliver Sanne ist reingekommen mit seiner Freundin. Hat eine krasse Typveränderung. Ja, ich bin total gespannt auf eure Kommentare. Falls ihr natürlich ein Telefonkanal seid, über ein Abo, würde ich mich freuen. Ein Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Ihr könnt mir gerne über Insta folgen, auf TikTok. Ihr könnt euch gerne die ganzen Folgen auf rtlplus.de angucken. Ich werde es unten nochmal in meiner Beschreibung verlinken. Ich danke euch nochmals.